Leute, das ist wirklich die letzte Folge, die ich aufnehmen, ja? Auf jeden Fall, ja, Leute, was geht heute noch mal in einem Video? Was geht? Ja, also wenn ihr jetzt gerade so denkt, was, der hat auch mit diesem Projekt? Nein! Das ist die letzte Folge, die ich heute aufnehmen werde. Ich habe jetzt heute schon vier Folgen gemacht. Einmal dieser Aussichtsturm, wo ich, dennoch, die Folge, wo ich zum Sporen krampeln und wir zurückkrampeln, ja? Die Folge habe ich, und wo ich, ähm... Denn es ist jetzt schon meine vierte Folge. Dann wo ich dann noch in der Werbung war. Und ihr dreimal raten, wer ist, eineinhalb Folgen gerade hochladen. Richtig. Diese junge Ente hier. Ja, ich glaube, ich komme ein bisschen durcheinander. Weiß ja, wenn ich was soll, wir machen. In der letzten Folge habe ich das hier alles aufgeschrieben, was wir machen wollen. Also. Boopau, Oxlater-Karion, Tirol. Du, und Tieren. Ja, und ich möchte sie als Bären, ja, machen wie ich schon als Folge gesagt. Bären, Nerven einfach. Ihr, ihr wollt nicht... Ah, da müssen wir erst Tieren. Jetzt glaube ich nur, äh, nicht im Video reingewollt, sondern privat. Also, das war ein Fail-Aufnahme, glaube ich. Oder in einem Cut oder so. Ich habe die noch angewollt. Okay. Dann, dann... Und jetzt noch mal hier rein, genau, was ist das? Und das... Ah, ne, was, das legen wir noch hier rein. Ja, denn... Das sind jetzt Apathie Ruhl. Also, wir brauchen... Weizen... Samen... Knochen, Knochen, Knochen... So, anheben. Ja, okay. Der noch Weizen. Und Karotten haben... Ich glaube, er hat noch keine Karotten, ne? Nee, wir haben noch keine Karotten. Schade. Könnte ich diese Dinger hier eigentlich mal vermehren. So. So. Hier einmal das hier eigentlich wieder anpflanzen. So, dann haben wir jetzt Weizen. So, dann können wir... Nehmen wir erstmal noch Raben, ja. Wir wissen, dass wir ja alles mit Loch machen, aber die bekommen alle anderen starken Stadt. Schneide. Hä, Mann, ey, was mit heute... Was mit meinen Sprechern los? Wir werden auch noch für den einen steil machen, ja. Also gut. Dann... Ah, warte. Ich hab' grad' auch was ein. Ich werd's in den nächsten 10 Minuten sonst vergessen. Ja. Ist grad' ein bisschen random, dass ich das noch weiß. Was ich will noch? Ach, ich hab' hier Schilder, Idiot. Ich will noch, Mann. Aus... ...sichtst... ...turm... ...einrichten. Einrichten. Einrichten, so. Äh, ja. Immer wenn ich hier so rausgehe, genau, und er, immer am ersten Winkel, ne, erinnert mich, dass du diese... ...startet die bei, äh, in Rio, oder wie die Stadt da heißt, in Brasilien, der an der Küste... ...bist du diese Stadt wird, die so... ...ahme so... ...ähne, links, eine rechts... ...ja, an diese Stadt erinnert mich dir irgendwie ein bisschen. Egal. Oh, ein Pferd könnten wir ranholen. Wir müssen noch mal einen Sattel haben, irgendwie, oder? Ein Pferd wäre auch cool. Nein, wir haben keinen Sattel, schade. Also... ...was das halt anders machen. So, dann... ...abrichtung da. Okay, eigentlich, wie die hier schon geht, direkt die erste Kunde. So, ne. Lass es nach hinten gehen und alle Tieren, ja, also wirklich, wirklich alle. ... ...und egal. Cooles Spawning Minecraft, also echt. Gutes Spawning. Okay. Schafe, einmal bitte mitkommen. Die werden jetzt nur noch auf Schafe gehen, erstmal. Du kannst mitkommen. Da nein, ist ja eine Kuh angelockt. Ja, okay. Okay, lass' erstmal mit den Schafen gehen. heute geht die auch noch erst mal nicht mehr und dann wirklich nicht zufrieden mit dem gehen ok ich habe werden ist wie sie kommen will kommt mit Leuten die Kuh hat uns aber noch nicht gesehen gut ok Jungs das gibt ich bin da ist nicht hochgekommen mitkommen einmal alle hier rein ja und es liegt bitte noch bei der Karte hat er was okay schafft man einstehen schafft man zweiteln um 3 so mit der von zwei Männern im okay ich würde sagen hunden zu tun und wir können wie erst mal nicht schlafen gehen man ist schon so ähnlich kann man nicht mehr schlafen ich wollte uns wir holen uns zwei Wölfe eigentlich könnten das so unendlich Wölfe eigentlich holen wenn die die ganze Zeit das stimmt zwar warte wir können Mopfer ich muss es einfach jetzt machen okay ich musste es jetzt machen ja wir können wenn wir unsere Mopfern bauen können wir einfach das Zombie vielleicht da draus einfach unseren Hunden füttern und dann machen die Kinder das ist ein Lebens ach egal vielleicht denkt ihr grad oh mein Gott warum legt mein Handy gerade so oder PC keine Ahnung das ist das liegt ein Video das ist das ist um und russisch ja so hat er den in den letzten folgen gesehen hatten ja das klingt doch auch aufnehmen das wird als Richtung er war und Goldbewerbskunde ist mit und hoffen besten Kollegen dich an das war zu tun Kuhn wo kommen jetzt kurz auch kurz gelben war auch schon auf Wartemann der Kürze ist also das ist wohl für 1 0 nicht auf das sind wohl die 1 besonders sein lassen tun ja ich kann auch deutsch nur so um der einzige grund mit gelben halsband anderen werden wir dem wahrscheinlich in in schwarz waren ich bin schwarz ist einfach gut aus einem hundehalsband und 2 2 jetzt anderen wollen hier und hier hier das schaum hier das ist wohl 1 Kumpel 1 Kumpel auch mit ich denke ich will viele Jahre und ihnen wollen jetzt kann anrund und mitnehmen immer sehen wie gut ihr beißen könnt ja Jungs Bachmann Jo ihr werdet meine Brüder auf den Kanälen seit dem Egal er ist schon direkt hier er ist einfach schon direkt hier ja ich gehe jetzt in die richtige Richtung da hinten ist mein Haus gut du machst du machst es auch schon wir zu Hause sind auch schon mit dem Video würde ich sagen also das wurde wenn man am Stift haben müssen wir den Gelben einfach vollziehen die anderen denn Wolfine und bevor wir in der Siener nicht vermehren ja können jetzt erst mal meine beiden Hunde sein ich sehe es gerade um 18 Uhr das Kost so kommt noch ein in die gute Stube Walking sie können nicht erst mal und haben einen Axelotl Aquarium ach so hier kommen sie rein gehen sie rauf gut und ok um so dann werden dich einmal drunter packen wenn wir uns Tintenbeutel rausnehmen Schwarz haben haben wir jetzt möglicherweise noch ein Name vielleicht bin ich halt blind ne das kann das am wahrscheinlichsten aber um ich habe noch aus den Schaden ich kann immer unterscheiden durch die 1 und mit ihnen eine Wolle und ihn mit 1.6 Uhr dann das ist die Union her und leute was war mit dem video und tschüssi kowski